Die dunkle Wahrheit hinter Kinder. Betrachten wir das Kinderlogo, fällt uns sofort auf, dass das K schwarz und das Wort Inder rot ist. Das ist kein Zufall. Wie wir alle wissen, besitzen einige Inder einen roten Punkt auf der Stirn, was entweder als drittes Auge oder als Zeichen einer verheirateten Frau stehen soll. Das Kinderlogo besitzt einen roten Punkt, welcher eindeutig das dritte Auge symbolisieren soll. Das Auge muss also wichtig sein, und wir merken es uns für später. Doch zurück nach Indien. Betrachten wir die indische Flagge, fällt uns ein seltsames Symbol auf der Flagge auf, welches ein Rad symbolisieren soll. Solche Räder kennen wir von früher. Alte, große Wagen hatten solche Räder. Großer Wagen? Es gibt ein Sternbild namens Großer Wagen. Das Sternbild können wir doch nur nachts bewundern. Die Nacht wird meist mit der Farbe Schwarz in Verbindung gebracht. Genauso schwarz wie das K vom Kinderlogo. Natürlich, es gibt ein Sprichwort, welches wir doch alle kennen. Nachts sind alle Katzen schwarz. Verbinden wir nun die schwarze Katze mit dem Auge, erhalten wir ein Katzenauge. Katzenauge werden auch die Reflektoren genannt, welche wir in unseren Fahrrädern wiederfinden. Und damit schließt sich das Rad. Kinder benutzen ihren Produkten Katzenaugen als geheime Zutat.